Pretty Privileges, 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 Pretty Privilege, 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 Pretty Privilege. Die Privilegien der Schönen, ein Video vom dunklen Parabelritter. Schöne Menschen sind besser und da würde ich jetzt erstmal zustimmen. Aber wir schauen uns das Video trotzdem an. Du siehst nicht gut aus? Ja, ist so verkackt halt. Tja, dann hast du wohl verloren. Ja, ist auch so. Attraktive Menschen, das sind die Gewinner der heutigen Zeit. Das ist übrigens auch endlich mal ein Video, wo ich als Own Voice sprechen kann. Zeit, endlich eine Steuer für beispielsweise große Menschen einzuführen, wie es mittlerweile in den USA gefordert wird. Richtig gehört, wir müssen anfangen, schöne Menschen dafür zu bestrafen, dass sie so schön sind. Denn sie diskriminieren damit uns normalos. Aber wenn ihr denkt, dass das nur was mit Social Media zu tun hat, dann irrt ihr euch gewaltig. Warum schöne Menschen in quasi allen Bereichen des Lebens einen ausgesprochenen Vorteil haben und ob es für uns andere überhaupt eine Chance gibt, das besprechen wir jetzt. Ich muss direkt erstmal, weil das Thema ja auch sehr oberflächlich ist, den Schnörris vom Parabelritter beglückwünschen. Das ist ein wirklich schöner, prächtiger Schnörris, den er hat. Muss ich sagen. Ein richtig schöner Schnörris. Der von Lein ist besser. Ich mach keine, ich mach kein Bärte-Ranking. Ich als, ähm, ich als jemand mit niedrigem Naturaltestosteron und wenigen Andockpunkten für eigenen Bartwuchs, äh, ich werde niemals Bärte bewerten. Ich finde, jeder Schnörris ist schön. Völlig egal, ob er, außer der Schnörris von Never Forget Nicky, ist halt echt ein bisschen lächerlich, ne? Da kannst du halt tatsächlich einfach mit einem nassen Handtuch drüber. Aber ansonsten möchte ich sagen, dass die Schnörris alle sehr schön sind. Aber der Schnörris von Lein ist auch ein wirklich schöner Schnörris. Das ist wirklich ein schöner, schöner, schöner Schnörris. Ich finde auch den, ich finde auch den Insgesamt-Bart von Gordon sehr schön. Ist ein sehr schöner Bart. Und, ähm, insgesamt, ich bin einfach, ich finde, Bärte sind all Bärte are beautiful. Harkon auch, klar, Harkon auch. Leute, wir reden ja die ganze Zeit über eine gleichberechtigte Gesellschaft. Aber egal, wie viel Inklusion wir betreiben, wir können das gar nicht schaffen, eine faire Gesellschaft für alle zu bauen. Das ist illusorisch. Wieso? Ja, weil die... Ja, 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 ja. Der Bart von Madwo ist, ist ein, also das ist ein kompletter Babbo, ey. Also das ist ein richtiger Babbo-Bart. Kompletter. Ungerechtigkeit innerhalb jeder einzelnen Gruppe weiter existiert. Und keiner spricht darüber. Es ist das sogenannte Pretty Privilege. Also die Vorteile, die schöne Menschen in allen Bereichen des Lebens haben. Und ihnen ihr Leben einfacher und ihr Konto voller machen. Aber halt, Schönheit liegt doch im Auge des Betrachters, Alex. Das ist komplett falsch. Richtig. Und ihr solltet darauf wirklich nicht hereinfallen. Aber dazu später mehr. Richtig. Wenn du ein Hässlorn bist, hast du es echt nicht leicht im Leben, ne? Also es ist wirklich scheiße. Du hast überall Nachteile. Wohnungssuche, Jobmarkt. Fucking überall. Fucking überall. Dann werdet ihr verstehen, warum wir sie irgendwie bestrafen müssen. Ich meine, klar. Wir können uns vorstellen, dass Menschen aufgrund ihrer Schönheit... Aber gebt euch nicht auf. Wenn ihr hässlich seid, könnt ihr immer noch wachsen, dass ihr zum Tierarzt müsst, ne? Es ist scheißegal, wie fucking hässlich ihr seid. Ihr müsst einfach nur Eisen stemmen. Und zwar kiloweise, ne? Wie tonnenweise. Wir sprechen von tonnenschwerem Gewicht, das ihr in der Woche drücken müsst, ne? Und ihr müsst euch auch noch andere Sachen drücken. Hinten den Arsch rein. Und dann könnt ihr über eure eigenen Verhältnisse weit über das Naturale hinaus wachsen. Und dann ist auch scheißegal, dass ihr hässlich seid wie die Nacht. Weil dann guckt euch ja niemand mehr ins Gesicht. Weil eure Schultern größer sind als euer Scheißgesicht, Alter. Wen juckt denn euer hässliches Gesicht, wenn ihr einfach Streifen im Arsch habt? Das fucking niemanden. Fucking niemanden juckt euer scheiß hässliches Gesicht, wenn ihr Streifen im Arsch habt. So ein Ding ist das. Streifen im Arsch und Akne auf dem Rücken. Ja klar, ne? Ist halt ab 750, ab 750 teste eh, ne? Da kriegst du halt auch ein paar Pickel auf dem Rücken. Ist halt so, ne? Machst du nichts gegen. Die Testopickel auf den Schultern kannst du dir schön runterrasieren. Das ist nicht so schlimm, ne? Kleiner Geheimtrick von jemandem. Wenn ihr euch die Schultern rasiert, weil da sind ja auch, das ist ja, Leute denken ja, wenn sie Testosteron nehmen, dann wächst ihnen auch ein Bart. Ich kann euch leider sagen, wenn ihr denkt, dass mit Testosteron euer Bart wächst, ist jetzt leider nicht der Fall. Aber ich wachsend Körper habe überall. Und die Testopickel, die kann man sich schön runterrasieren. Ist klar, ja? Als mittelprächtiger Mann auf Tinder erleben wir das quasi Tag für Tag. Da können wir ein Liedchen von singen. Aber es gibt Bereiche, in denen merkt man das eben nicht so direkt. Was, wenn ich euch sage, das Hüpfen... Überall nur nicht wo soll. Das ist, also, das ist wirklich... Man soll ja einfach nicht über solche Erfahrungen sprechen, weil es sind ja unterm Strich auch Drogen und die sind sehr gefährlich und lasst eure Finger davon. Aber euer Arsch sieht aus wie ein Wookiee, wenn ihr... Also wenn ihr dafür... Wenn ihr das Glück habt, so wie ich das Glück hatte, und ihr über einen längeren Zeitraum schön Testosteron nehmt, ne, auch in einem probaten Millenmittel, dann ist das... Dann sieht euer Arsch aus wie Chewbacca. Hübsche Menschen in den meisten Bereichen des Lebens nur Vorteile haben. Beispielsweise, wenn es um Geld geht. Es gibt haufenweise Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sehen die finanziellen Vorteile der Schönheit aus. Etwa, ob ein gutaussehender CEO mehr Geld verdient als ein schlechtaussehender. Die Ergebnisse deuten darauf hin. Und die Optik führt dabei sogar nachweisbar zu schlechteren Entscheidungen. CEOs, die ein Babyface haben, die haben Nachteile am Markt. Obwohl die Älteren, ja, die kompetenter wirken und aussehen, tatsächlich schlechtere Renditen liefern. Eine Studie der Federal Reserve Bank hat ergeben, dass gutaussehende Frauen eine bessere Chance haben, einen Kredit zu bekommen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn zurückzahlen, geringer ist. Mega witzig. Das ist laut Daniel Hammermesh die sogenannte Schönheitsprämie, die es nur für schöne Menschen gibt. Aber warum? Wieso gibt es denn sowas? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist persönlich. Ja, wir fühlen uns zur Schönheit hingezogen. Und wir wollen ihr auch vertrauen. Der zweite Grund ist eher so ein strategischer Unternehmen, die sich mit der Schaffung von Eindrücken befassen. Die wissen, dass sich die meisten Menschen genauso verhalten wie sie selbst. Nämlich zu schönen Gesichtern hingezogen. Und dafür zahlen sie dann einen Bonus. Wir wissen instinktiv, wer schön ist und wie das wirkt. Dazu gleich noch mehr. Es gibt übrigens auch eine sogenannte Hässlichkeitsstrafe. Und das klingt nicht nur, als wäre es vom Schulhof. Ich denke, der eine oder andere hat das genau dort zum ersten Mal erleben dürfen. Habe ich mir nicht ausgedacht. Sei ehrlich. Hast du die Hässlichkeitsstrafe schon erlebt? Oder ist dir jetzt durch das Video erst aufgefallen, dass du dein ganzes Leben traumtänzerisch mit deinem Pretty Privilege unterwegs warst und immer nur profitiert hast? Hast du schon mal den Begriff Palkronomics gehört? Vermutlich nicht. Das ist das Studium der Verbindung von Schönheit und Ökonomie. Und erfunden hat den Begriff, der vorhin erwähnte Daniel Hammermesch, der ist Wirtschaftsprofessor an der University of Texas und hat zu diesem Thema auch ein Buch namens Beauty Pace geschrieben. Und er hat herausgefunden und andere haben das bestätigt, dass es eben nicht nur um CEOs geht, sondern auch um ganz normale Angestellte. Auch die können richtig profitieren von Schönheit. Gutaussehende Kellner beispielsweise, die verdienen 1261 Dollar pro Jahr mehr. Ein ganz normaler Durchschnittsarbeiter, der aber gut aussieht, basierend auf Daten der 70er Jahre, hat im Laufe seines Lebens 3 bis 4 Prozent mehr verdient als ein unterdurchschnittlich aussehender Arbeiter. Und im Laufe seines Lebens hat sich diese Summe auf rund 230.000 Dollar aufgestockt. Das bedeutet im Laufe seines Lebens 230.000 US-Dollar. Ich habe in der Unterstufe jeden Tag full-on, all-out Flecktarn getragen, hatte ganz andere Probleme damals. Ja, dann hast du wirklich ganz andere Probleme. Also wirklich, da hast du schwerwiegende Probleme gehabt. Interessant, zwischen gut und normal Aussehenden sind das 140.000. Und ob nun durchschnittlich oder darunter ist nicht mehr so entscheidend wie vom Durchschnitt bis zur absoluten Spitze. Und was das für einen wirtschaftlichen Unterschied bei CEOs ausmachen dürfte, will ich gar nicht drüber nachdenken. Attraktive Frauen in Deutschland verdienen sogar rund 20 Prozent mehr als der Durchschnitt. Außerdem werden weniger attraktive Menschen direkt aus manchen Berufen ausgeschlossen. Beziehungsweise schließen sie sich selber aus. Sie meiden Berufe, in denen das Äußere eine Rolle spielen kann, eher. Das könnte natürlich auch zu diesem Unterschied des Einkommens führen. Man kann die Attraktivität natürlich auch ein Stück weit beeinflussen. Ja, Beispiel. Nicht waschen zum Beispiel. Auch immer ein ganz guter Ratschlag, wenn ich mit an die... Mal die Zähne schrubben, einmal in der Woche, ne? Einmal in der Woche die hässliche Kauleiste schrubben. Das hilft, ne? Beispielsweise durch Gepflegtheit und Persönlichkeit. Die können da eine kleine Rolle spielen. Ich meine, was glaubt ihr, warum ich mich in einem Samtanzug hier hinstelle? Damit ihr mich ernst nehmt. Damit ihr mir eher vertraut, wenn ich euch was sage. Es liegt auf der Hand. Statistisch gesehen ist das Aussehen ja das Erste, was so ein Gremium in einem Vorstellungsgespräch sieht. So, und das nimmt dann als erstes... Ja, und dann auch nochmal zum Thema Waschen zurück. Wenn man euch, wenn man euch halt riecht, bevor man euch sieht, ist das oftmals nicht so gut. ...türlich an, dass attraktive Arbeitnehmer leistungsfähiger sind, weil gesünder. Und deshalb Arbeitgeber auch bereit sind, attraktiven Menschen 10,5% höhere Gehälter zu zahlen, wenn sie sich einfach nur Fotos von denen anschauen. Und wenn die erste Interaktion ohne Bilder, nur über das Telefon stattfindet, auch ganz interessant, kann auch ein attraktiver Klang der Stimme zu einer Schönheitsprämie beitragen. Absolut. Ich bin ja auch so ein großer Fan von schönen Stimmen. So, und dann kommt ja auch noch hinzu, dass die Erfahrungen dieser Personen diesen Effekt weiter verstärken. Da sind wir schon wieder in der östdeutschen Stigmatisierung, weil wenn du sechs hältst, ne, dann hast du halt echt gar keine Chancen. Die Leute denken sofort, dass du ein Blödkopf bist, wenn du sechs hältst, ne. Und jetzt mal ungelörend, habt ihr schon mal in Sachsen gehört, der so spricht und was Schlaues sagt? Bestimmt. Aber ihr erinnert euch nicht dran. ...den sogenannten Halo-Effekt. Es hat nichts mit Musik und auch nichts mit Shootern zu tun. Nehmen wir eine positive Eigenschaft bei einem Menschen wahr, dann erwarten wir noch weitere. Und bei offensichtlicher Schönheit führt das halt dazu, dass wir attraktive Menschen, ist jetzt die erste positive Eigenschaft, die wir sehen, dann auch gleichzeitig als geselliger. Wie sehr ich manche Stimmen mag, ist mir erst durch GTA-RP aufgefallen. Und damit haben wir einen weiteren, der schwere Probleme hat in seinem Dasein. Dominanter, gesünder, intelligenter einschätzen. Und das sind natürlich Fähigkeiten, die einen Arbeitgeber beeindrucken. Also es ist im Endeffekt so, als ob ein schöner Mensch das Leben im Easy-Mode spielt. Und ich glaube, die Menschen merken das nicht mal. Ja, deswegen habe ich das Video gemacht, dass das vielleicht mal irgendwie auffällt. Leute, so langsam merkt ihr vielleicht, hm, okay, das ist schon ziemlich unschön. Aber das ist ja noch kein Grund, gleich nach Gesetzen zu schreien, die diese Ungerechtigkeit aufwiegen. Wartet mal ab. Es wird noch deutlicher. Menschen, die sich selbst für attraktiv halten, die glauben weniger an Ungleichheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Benachteiligung von Gruppen, beispielsweise bei der Bezahlung, anerkennen, ist geringer. Weil die erleben ja keine Benachteiligung in ihrem Leben, weil sie ja immer bevorzugt werden. Aber je... Das zieht sich übrigens durchs gesamte, also durchs gesamte Dasein. Je mehr Privilegien du genießt, desto weniger möchtest du sie dir eingestehen. Also, Weiße sind sehr viel unempfänglicher für die Wahrnahme und die Wahrnehmung von Rassismus als Schwarze. So, versteht ihr? Das hat was mit Lebensrealitäten zu tun. Männer realisieren nicht so wirklich, dass wir immer noch patriarchale Machtstrukturen haben und ein Problem mit Sexismus haben. Heterosexuelle nehmen nicht so wirklich wahr, was Homosexuelle für Probleme haben. Und Cis-Menschen sind weniger empfänglich für die Diskriminierung von Transmenschen. Also, das zieht sich ja einfach wie so ein roter Faden durch unser Dasein. Jeder, der jetzt glaubt, dass es ungerecht ist, schöne Menschen einfach so stärker zu besteuern, ist vermutlich selber schön. Gern geschehen. Nein, aber ich glaube, ihr werdet eure Meinung jetzt gleich... Oder einfach sackselbstbewusst, ne? ...ändern. Jetzt kommt nämlich harter Tobak, Leute. In einer Studie mit dem Titel Ugly Criminals kam heraus, und da zitiere ich jetzt einfach mal, dass eine hohe Attraktivität die Neigung eines jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 26 Jahren zu kriminellen Aktivitäten verringert. Und dass Unattraktivität sie für eine Reihe von Straftaten erhöht, die von Einbruch bis zum Verkauf von Drogen reichen. Liegt das daran, weil man, wenn man hässlich ist wie die Nacht, ohnehin so ein bisschen kriminalisiert wird? Das wäre ja mega interessant. Verschiedene Tests zeigen, dass dieses Ergebnis nicht darauf zurückzuführen ist, dass Schönheit... Kann schon sein. Ja, du weißt, ihr wisst ja, was ich meine, ne? So, es gibt ja so ein paar Gestalten, wo man auf den ersten Blick denkt, oh mein lieber Scholli, ne? Und wenn die halt die ganze Zeit so dieses suspicious Blicke abbekommen und so, dass man dann unterbewusst quasi in die Kriminalität getrieben wird. Und weil man eben auf dem Jobmarkt diskriminiert ist. Schönheit als Indikator für den sozioökonomischen Status fungiert. Sehr attraktiv zu sein, wird auch positiv mit den Vokabeltestergebnissen für Erwachsenenverbindung gebracht. Was die Möglichkeit nahelegt, dass Schönheit einen Einfluss auf die Bildung von Humankapital haben könnte. Alter Verwalter. Sprich, wenn du hübsch bist, ist die Chance, in eine Lage zu kommen, aus der du kriminell werden musst, geringer, weil du vermutlich finanziell besser gestellt bist, weil nämlich deine schulischen Ergebnisse besser waren und der Arbeitsmarkt dich bevorzugt. Bäm. Das ist hart, oder? Kann mir jetzt bitte nochmal jemand sagen, schöne Menschen hätten nicht einen absolut unfairen Vorteil im Leben? Aber Moment, 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 das Blatt wendet sich, wenn man sie dann mal erwischt hat, ja? Ja, wenn man die Schönheit der Kriminellen nur auf Basis der Gesichtsymmetrie bewertet, kommt man zu dem Schluss, dass Schönheit sich positiv auf das Strafmaß auswirkt. Aber nur bei schwarzen Männern, bei weißen Männern, da wird Schönheit sogar härter bestraft. Vermutlich, weil man froh ist, dass man überhaupt mal jemanden kriegt. Ich fand das mal ganz interessant, so ein bisschen einen Kontrast reinzuholen. Aha, Rassismus gegen... Allerdings muss man da auch sagen... Rassismus gegen schöne Weiße. Also aus dem Video kann ich für mich mitnehmen, dass ich wohl unglaublich hässlich sein muss. Ja, ziemlich wahrscheinlich, ne? Guck mal deine Mod-Kommentare. Das ist eine US-amerikanische Studie und die haben ja eine andere Form von Gerichtsbarkeit, ja? Mit diesem Jury-System kann man jetzt nicht auf Deutschland übertragen. Aber wisst ihr, ich glaube, ich habe vorher nur die halbe Wahrheit gesagt. Ja, natürlich können wir unsere eigene Schönheit selbst auch ein Stück weit beeinflussen, klar. Aber mit sehr unsauber ausgeführten Bizeps-Curls mit schwerem Gewicht. Kleidung oder Schmuck beispielsweise sollen uns ja nicht nur hübscher machen. Die Dinge, mit denen wir uns schmücken, die sagen ja auch was über uns aus, über unseren Charakter, über das, wer wir sind. Wenn man sich jetzt beispielsweise so ein Stück Natur an dem Körper baumelt, mit einer Tasche aus Holz oder einer Uhr mit Holz von Holzkern, dann wissen alle anderen um einen herum, boah, der steht abnormal drauf, wenn Bäume brutal zerhackt werden und trägt ihre Leichen am Körper. Und damit bald ist... Tatsächlich tragt ihr, wenn ihr einige Holzkernprodukte kauft, Leichen am Körper, weil die immer noch Leder verwenden, ne? Also ich hätte ja auch gerne Holzkernkohle mitgenommen, ne? Muss ich euch ganz ehrlich sagen, aber geht halt nicht. Funktioniert nicht. ...ist Weihnachten das Fest der Besinnlichen... Und Perlmut, ja. Kommt auch dazu. ...igkeit für die ganze Familie. Wie wär's mit einer Baumleiche für eure Liebsten? Na? Was meint ihr? Moment, Moment, stopp, ja? Ja, das war ein kleiner Joke. Holzkern arbeitet natürlich mit Resthölzern, beispielsweise aus der Möbelindustrie. Es werden also für die Produkte von Holzkern keine zusätzlichen Bäume gefällt. Weil so grundsätzlich finde ich ja die Idee von Holzkern ganz in Ordnung, ne? Also ich selber hab... Also ich find das ja cool. Ich mach ja auch coole Sachen. Aber verwenden eben auch als eigene Kategorie schön Uhren mit Lederarmbändern. Und, äh... Ja, es ist immer ganz witzig, wenn man so Witze macht über... Und dann trägt man ein Totes am Handgelenk oder eine Leiche am Handgelenk. In dem Fall tut ihr das tatsächlich. Also ihr habt tatsächlich eine fucking Leiche am Handgelenk. Und das ist halt wack. Kann ich nicht bewerben. Wisst ihr, ich bedauere immer so die Leute, die denken, dass wenn sie sich einfach nur irgendein Statussymbol jetzt hier ums Handgelenk legen, ich nenne jetzt keine Namen, dann macht sie das schöner. Aber meistens ist eher das Gegenteil der Fall. Weil diese Dinge sehr viel über dich sagen, mit denen du dich schmückst. Und Holzkern bringt nicht nur die Verbindung zur Natur, ist auch die Kombination mit der Moderne durch ihre raffinierten Designs. Also bodenständig, aber trotzdem aufgeschlossen. Finde ich eigentlich gleich sympathisch. Und zack, Halo-Effekt getriggert. Und Holz hat auch immer irgendwie was Warmes an sich. So was Angenehmes. Also falls euch eine Person einfällt, und ich bin mir verdammt sicher, dass euch sofort jemand in den Kopf gekommen ist, der genau diese Eigenschaften hat, ist aber nur die Resthaut aus der Lebensmittelindustrie. Fällt mir jetzt schwer, das einzuordnen. Meinst du, dass das irgendwie besser macht, oder was? Schenkt dieser Person doch was von Holzkern. Etwas, das genau zu ihr passt. Und bei über 1000 Designs im Online-Store findet man für jeden was. Die haben natürlich nicht nur Uhren. Mittlerweile machen sie auch Schmuck, Sonnenbrillen, sogar Takt. Aber über Harkons Placement was bei Harkak. Ja, das ist auch der Grund. Ich hab mir ja auch, ich hab ja lange drüber nachgedacht, ob ich auch Firmen bewerben soll, wo eben auch nicht-vegane Sachen dabei sind. Und ich bewerbe dann eben nur die veganen oder so. Aber bin dann irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass ich halt nicht möchte, dass irgendjemand über einen Placement-Link von mir auf irgendwas draufklickt und sich dann eine Tierleiche kauft. Das ist dann, also das wäre einfach, das ist einfach nicht meins, ne? Da gibt's kein Geld, was das wertmachen könnte. Taschen aus Holz. Nur leider noch keine Manschettenknöpfe. Kleiner Hinweis. Na ja, vielleicht nächstes Jahr, oder? Sie können euch bis zum 20. Dezember die Lieferung garantieren und ihr könnt da auch gleich eine Geschenkverpackung und besondere Boxen auswählen. Oder direkt eine Karte aus Holz. Und sollte es dann doch nicht gepasst haben, dann könnt ihr das ganz bequem bis Ende Januar noch retournieren und umtauschen. So, und wenn ihr jetzt unten auf den Link klickt, dann kommt ihr zur Seite von Holzkern. Und mit dem Code PARABELRITTER15 bekommt ihr 15% auf die Produkte. Natürlich, zusammen mit kostenlosem Versand innerhalb von 2-5 Tagen, 24 Monate Garantie und 24 Tage Rückgaberecht. Schaut unbedingt mal vorbei, ich wette, ihr findet was. Tja, und da habe ich wohl nebenbei auch noch die Frage nach, was kann ich dieser Person passend zu schenken beantwortet? Ja, ich freue mich immer, wenn ich helfen kann. Und da tut so ein kleines bisschen Vermarktung dann auch nicht so sehr weh, oder? Und auch... Nicht-Veganer schauen da in den Stream? Ich hoffe doch, Alter. Ich hoffe doch. Was macht denn Aufklärung über Veganismus für einen verfickten Sinn, wenn ihr nur Veganer rumrennt? Ist ja komplett blöd. Veganer sind am Ende des Weges angekommen. So, ihr seid fertig ausgebildet und könnt jetzt hinaus in die Welt, ne? Und unsere Botschaft hinaussenden. Ich will ja die Nicht-Veganer. Die Nicht-Veganer sollen ja hier sitzen, zuhören und sich denken, ah, vielleicht hat er recht. Vielleicht. Vielleicht hat er recht. Vielleicht hat er recht. Das ist ja das Schöne. Auch wenn du es im Alltag nicht wahrnimmst, aber auch du vermarktest dich permanent. Deinen eigenen Körper. Aber ich hoffe, du hast das jetzt ein bisschen verstanden. Dein Körper ist dein Kapital, genau wie dein Geist, deine Gesundheit und deine Herkunft Kapital sind in einer Welt, in der alles vermarktet und ausgeschlachtet werden muss. Mehr Chancen im Dating, bessere Chancen im Job, mehr Gehalt, eine geringere Wahrscheinlichkeit auf Beschaffungskriminalität zurückgreifen zu müssen. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Aber es hört da ja nicht auf. Ganz im Gegenteil. Es fängt noch viel früher an. Dein ganzes Leben ist komplett dadurch positiv beeinflusst. Attraktivere Kinder sind populärer, besser integriert und haben bessere Ergebnisse in der Schule. Die haben sogar angeblich höhere IQ-Tests. Das führt natürlich wiederum zu mehr positiver Aufmerksamkeit. Mehr Lob und mehr Förderung. Ja, du wirst sozial geschickter, aufgeschlossener und selbstbewusster durch das Ganze. Weil du wirst ja nur positiv behandelt. Schöne Menschen werden sogar wahrscheinlicher positiv von ihren Lehrern bewertet, weil man ihnen bessere Leistung zuschreibt. Bereits in der Schule wird deutlich, wer größer ist, einen geringeren BMI und eine höhere Gesichtsattraktivität hat, dem geht es psychisch besser. Attraktivität scheint sich direkt auf das psychische Wohlbefinden und Depressionen auszuwirken. Und das führt dann zu besseren Lebensergebnissen, wie die Forscher das nennen. Als Erwachsener wird statistisch gesehen dein sozioökonomischer Status höher sein. Deine körperliche und deine geistige Gesundheit, die werden besser sein. Ist das nicht absolut unfair? Halten wir mal fest, dein Körperkapital zahlt sich sofort aus. Blöd, wenn du keins hast. So, okay. Aber jetzt werden wir hier richtig professionell, absolut serious. Denn jetzt beantworten wir diese ganz wichtige Frage, was ist denn überhaupt schön? Und ihr werdet jetzt sagen, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist ein Irrtum. Schönheit liegt nicht im Auge des Betrachters. Wir haben da genau vor einem Jahr schon mal in einem Video drüber gesprochen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass gewisse Merkmale Schönheit definieren. Symmetrie zum Beispiel. Und wir nehmen einfach mal das Beispiel Gesicht. Das ist nämlich super wichtig. Gesichtsdimensionen haben einen größeren Einfluss auf die Bewertung von Attraktivität als Körpermacht. Die meisten Menschen haben eine hässliche Gesichtshälfte und eine schöne Gesichtshälfte. Das ist wirklich... For fucking real. Das ist wirklich so. Da habe ich was drüber gelesen und habe mir dann was dazu angeguckt. Und das ist absolut insane. Wenn ihr die allermeisten Gesichter nehmt und dann so in der Mitte teilt. Und dann nehmt ihr eine Gesichtshälfte und verdoppelt sie. Also sorgt dafür, dass dann quasi beide Gesichtshälften gleich sind. Dann ist eine Gesichtshälfte, wenn ihr das macht, ist pottenhässlich. Ihr seht wirklich aus wie die letzte Gestalt. Und die andere Gesichtshälfte, wenn ihr die verdoppelt, seht ihr aus wie... Mashallah, was ein schöner Mensch. So, und die richtig schönen Gesichter, da sind beide Hälften schön. Und es ist egal, ob man die spiegelt oder nicht. Also du kannst... Es gibt richtig schöne Menschen, wenn du da das Gesicht teilst und spiegelst, sehen die genauso aus, wie sie aussehen. Weil die sind quasi gespiegelt. Aber schön. Bei den allermeisten Menschen ist es so, dass du halt eine Gesichtshälfte hast, die gespiegelt gut ist. Und ne andere Gesichtshälfte, da seht ihr halt aus wie ein Ork. Da seht ihr aus, als ob ihr jetzt hier, keine Ahnung, Rohan stürmen wollt. Das ist halt wirklich insane. Maße. Die Proportionen bestimmen das Level an Attraktivität und die Größe und die Platzierung der Gesichtsmerkmale auch. Und deswegen gibt es auch keine Werbung, die Menschen mit ernsthaften Gesichtsdeformationen fechern. Leute, wir können tatsächlich sehr genau sagen, welche Menschen, warum allgemein... Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sehen halt auch ungespiegelt aus. Als ob sie jederzeit sagen würden, dreckige Hobbitze. Ihr habt dann aber einfach die Arschkarte gezogen. Wenn ihr jetzt in den Spiegel schaut und sagt, ich sehe aus wie ein Uruk. Ja, ihr habt halt die Arschkarte gezogen. Da kann man nichts machen. Mein als schön wahrgenommen werden. Und auch welche Körperformen, Muskelmengen, Brust-zu-Hüfte-Relationen weltweit wie bewertet werden. Und wir können weitermachen und über Haut, über Hände... Brust-zu-Hüfte ist ganz einfach zu erklären. Das Verhältnis ist immer 3 zu 1. Also ihr braucht eine dreimal größere Brust als Hüfte, als Mann. Für den schönen... Also das ist ja nicht die Brust, sondern das ist halt der Latt, aber das ist halt der V-Tape. Den braucht ihr. Schön, wenn die Flügel ausgefahren werden. Schön... ...über Haare, über jedes kleine Detail können wir sprechen. Das ist alles gut erforscht. Und alles andere, Leute, ist Sentimentalität und Wunschdenken. Entschuldigt! Ich muss euch das jetzt mal einfach mal so schonungslos sagen an dieser Stelle. Und das Allerspannendste ist, auch wenn es hier laute Stimmen auf Social Media gibt, die anders behaupten. Wir alle wissen ganz genau, wer schön ist und wer nicht. Im Jahr 2000 wurde die Seite Hot or Not gelaunched. Wäre das heute noch möglich, eine Website zu veröffentlichen, auf der man die Attraktivität einer Person mit einem Score versehen soll? Hm... Egal, wie du das jetzt bewertest, diese Seite hat tatsächlich das Internet verändert. Die Menschen... Breite Schultern werden auch ganz gut, sonst sieht es komisch aus. Ja, kannst du mir kurz erklären, wie man jemanden V-Taper trainiert und dann keine Schultern hat oder was? Die Menschen haben zum ersten Mal dort die schmerzhafte Erfahrung gemacht, was es bedeutet, vom Internet gesehen und bewertet zu werden. Und sie haben es freiwillig gewollt. Und dieses Prinzip wurde übernommen in eine gamifizierte, digitale Konversation, die auf Belohnungspunkten und Punktzahlen basiert. Ja, nichts anderes als Likes. Dan Ariely, Professor für Psychologie und Verhaltensökonomie an der Duke University, der fand in einem Experiment mit eben dieser Seite heraus, dass unsere Vorstellung von Schönheit unabhängig von unserer eigenen Schönheit ist. Also wenn du hässlich bist wie die Nacht, weißt du trotzdem, was Schönheit ist, was es noch deprimierender macht eigentlich. Und das Experiment fand auch heraus, dass die Leute ihre eigene Range einschätzen können. Bei dem dazugehörenden Dating-Portal MeetMe entschieden sie sich meistens für ähnlich gerankte Personen. Das nennt sich assortative Paarung. Das bedeutet allerdings nicht, dass man nicht auch gerne dann besser Bewertete annimmt, falls die sich bei einem vorstellen. Klar, und da ist es spannend, jeder zusätzliche Punkt auf dieser 10-Punkte-Skala erhöhte die Chance, dass dein Request angenommen wurde, ja, für Dating, dein Dating-Request, dass diese Wahrscheinlichkeit um 130% pro Punkt gestiegen ist, dass der Dating-Request angenommen wurde. Sprich, die Attraktivsten haben die Auswahl. Das Ergebnis einer weiteren Untersuchung war dann, dass die attraktiven Leute beim Dating vor allen Dingen auf Attraktivität achten, während andere dann weitere Kategorien wie Humor zur Bewertung hinzugezogen haben. Ich hab nur Äffchenarme, aber im Kampfsport echt Vorteile und fällt nur auf, wenn ich sage, welchen Kampfsport machst du? Weil in jedem Boxsport hast du eigentlich immer einen ziemlich ausgeprägten Trizeps. Ist ja klar. Es sei denn, du meinst den Kampfsport Tango. Dann kann das schon sein, ja. Diese Erkenntnisse sagen dann folgendes aus. Attraktivität schätzen wir alle und bewerten wir alle gleich. Wir ordnen uns alle automatisch in eine entsprechende Hierarchie ein. Aber wir sehen daran auch was anderes sehr interessantes. Attraktive Menschen haben tendenziell nämlich kürzere und weniger Ein rechter Arm ist dicker als der linke, ist das normal? Du musst sofort zum Arzt, ist wahrscheinlich Krebs. ... befriedigende Beziehungen vielleicht, weil sie andere wertvolle Eigenschaften außer Acht lassen und sich nur auf Attraktivität konzentrieren, weil sie es gar nicht nötig haben, tiefer zu bohren. Es hat auch seine Vorteile, wenn man im Leben ein paar Challenges hat, wo man mit eigener Kraft durch muss und nicht nur mit seinem schönen Gesicht, nicht wahr? Wenn wir aber jetzt alle wissen, wer alles besonders schön ist, dann könnten wir doch eigentlich die Personen, die diesem Vorbild, sage ich mal, nicht entsprechen, die können wir doch eigentlich bevorzugen. Einen Heslon Pass kriegst du dann einfach. Du kriegst einfach einen Heslon Pass. Da kriegst du dann auch 5% Rabatt in den Läden. Und das muss sie dann einfach so etablieren, dass die Leute das... Also da mussten dann auch die KassiererInnen geschult werden, dass die den Rabatt halt automatisch geben, ne? Sie müssen die Karte gar nicht vorzeigen. Das wäre auch eine schöne Methode, finde ich. Die führt auf gar keinen Fall zu großen Problemen. Eine Quote für große Frauen und kleine Männer beispielsweise. Wie klingt das? Na ja, erstens ist es so, dass diese Vorteile zwar statistisch bemerkbar sind, aber du kannst daraus kein Urteil über individuelle Schicksale geben. Unser Bundeskanzler, der macht ja vor, dass man auch als winziger Glatzenträger mit Erinnerungslücken die Nummer 2 im Land sein kann. Wobei die Nummer 1, der Herr Steinmeier, der ist ja schon stattlich. Und der hat ein volles Haar, sage ich euch, meine Güte. Und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich Nachteile für schöne Menschen. Beispielsweise werden mit einer hohen Attraktivität Geschlechterstereotype stärker. Attraktive Frauen gelten als emotionaler, irrationaler und schwächer. Und das macht es ihnen beispielsweise in der Wissenschaft oder jetzt so in männerdominierten Branchen. Ja. Schwerer ernst genommen zu werden als weniger attraktive Frauen. Und wenn du beispielsweise besser aussiehst als der Personalchef, dann kann das auch sein, dass du schwerer einen Job bekommst. Und auch die Erwartungen, die an einen gestellt werden, die darf man nicht ignorieren, ja. Warum sollte Scholz die 2 sein? Wenn du dir unsere parlamentarische Demokratie anschaust, haben wir halt noch einen, der über den Bundeskanzler steht. Attraktive Frauen beispielsweise können unter kognitiven Dissonanzen oder mentalen Konflikten leiden, wenn sie aufgrund ihrer Vorteile gleichzeitig mit Verachtung und Feindseligkeit konfrontiert werden, ja. Weil man als Konkurrenz angesehen wird, weil man mit Neid konfrontiert wird, für den man de facto nichts kann, weil man ja halt so aussieht, wie man aussieht. Ja, ich höre jetzt so ein Heuleise bei euch, aber wir versuchen das doch hier mal zu sammeln, ja. Oder die Überbetonung der Attraktivität kann auch zur Entwicklung einer ungesunden Beziehung zum eigenen Körper führen. Weil man nämlich den Schein wahren muss oder noch mehr Bestätigung bekommen will. Schöne Eltern werden tatsächlich als schlechtere Eltern wahrgenommen. Für all die Leute übrigens, die auch vor 6 Wochen jetzt dem Vorbild meiner Definitionsphase gefolgt sind und angefangen haben zu trainieren. Ihr habt, wenn ihr in den Spiegel schaut und euch denkt, mein lieber Scholli sehe ich breit aus, genießt diese 2-3 Tage. Es werden die einzigen 2-3 Tage vom Rest eures Lebens sein, wo ihr denkt, dass ihr breit seid. Es ist wirklich, es ist dieser kurze Moment in den ersten 3-6 Monaten, wo man Kraftsport macht, wo man denkt, dass man was könnte. Danach geht es nur noch bergab. Attraktiven Männern schreiben Frauen eher zu Geschlechtskrankheiten zu haben. Allerdings stimmen sie auch öfter ungeschützten Geschlechtsverkehr. True, je fitter man wird, Bruder, kannst du bitte aufhören, das mit fit zu bezeichnen? Wir wollen doch nicht fit werden. Das hat doch nichts mit fit sein zu tun. Wir wollen ja nicht fit sein. Ein fitter Mensch kann durch Türen gehen. Ich will doch nicht durch Türen gehen können. Ich will Türrahmen ziehen. Kehrt zu. Naja, no risk, no fun oder so. Aber ja, ich gebe euch recht, die Nachteile sind deutlich geringer als die Vorteile. So Leute, meine Meinung. Wir wissen, dass es schöne Menschen an vielen Stellen einfacher haben. Auch schon vor diesem Video. Aber dass es so viele Stellen sind und dass es so einen drastischen Einfluss hat, das habe auch ich vorher nicht gewusst. Beim besten Willen nicht. Diskriminierung aufgrund der Optik ist in uns allen. Heute nennt man das Lookism, um schlau zu wirken. Aber es ignoriert halt den Fakt, dass es schon immer ein Teil unserer DNA war. Und ich halte es für völlig unrealistisch, sich davon befreien zu können. Ja, du kannst ja niemandem erklären, was er ab jetzt aus moralischen Gründen für schön zu halten hat. Das ist, als ob du jemandem erklärst, was er für sexy zu halten hat. Weil es ist ja de facto auch dasselbe. Ich weiß, viele wollen das nicht wahrhaben, aber wir sind nun mal irgendwo auch noch Tiere. Wir suchen nach Partnern für die Reproduktion. Und da suchen wir nach Gesundheit. Und was gesund ist und was gesund wirkt, das beruht auf ganz spezifischen Faktoren. Ich gucke den Gym in den Spiegel und denke mir, was ein Körper. Gucke dann den 2x2. Ey, das muss ja echt real talk, ne? Als ich in Berlin... Ich hab ja 2 Jahre in Berlin im Powerhouse trainiert. Mit Kevin Wolter und also mit der ganzen Hardgainer Crew und so. Das ist so ein Oldschool Bodybuilding-Gym gewesen. Und zu der Zeit war ich halt richtig gut breit, ne? Also richtig... Ich war richtig gut breit. Und ich hab mich gefühlt wie der letzte Hampelmann. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, warum? Weil ich im Powerhouse trainiere. Und seitdem, und das ist ungelogen so, bin ich 2x die Woche ins Fit-Ex zum Adenauerplatz. Ich hatte also 2 Mitgliedschaften, ne? Eine davon hat mir auch einen Schufa-Eintrag gebracht. Also einen der vielen. Und dann bin ich 2x die Woche ins Fit-Ex, um einfach auch mal wieder der Breiteste im Raum zu sein. Das ist so ein Ding ist das. Was wir bewerten und die uns ansprechen. Das fängt bei der Gesundheit der Haut an. Geht über die Körperform und so weiter und so fort. Das ist in uns angelegt. Und das wir nur für schön halten, was der Markt uns befiehlt, ist ne naive aktivistische Lüge. Die mehr schadet, als das sie nutzt. Es ist viel wichtiger sich dessen bewusst zu werden, was in uns angelegt ist. Und zu sehen, wo wir durch diesen Trieb... In Charlottenburg oder als die nach Spandau sind? Nee, Charlottenburg noch. In Charlottenburg. Powerhouse Charlottenburg. Das war so eine ganz miese Ecke war das. Das war in so einer Seitengasse. Und da war nichts und da gab es noch nicht mal Straßenlampen. Und war relativ in der Nähe von so einer richtig abgefuckten U-Bahn-Station. Das weiß ich noch. Und das Fit-Ex, Sophie Charlottenstraße, genau. Oh Gott, war das eine abgefuckte Gegend. Und das Fit-Ex war ich an Nauerplatz. Da war auch Ron Bilecki. Aber Ron Bilecki ist ein bisschen zu klein immer gewesen. Der hat zu der Zeit noch mit Julian Siedlow und so trainiert. Und das fand ich immer albern, was die gemacht haben. Weil da war ja kein Gewicht drauf. Also die haben ja nicht mit Gewichten trainiert. Sondern die haben ja... Das war ja... Das war ja Quatsch. ...beeinflusst werden, als sich einzureden, dass dieser Trieb nicht existieren darf, weil es moralisch falsch ist. Ich meine, man könnte natürlich Maßnahmen... Und das war schon richtig. Aber ich habe zu der Zeit immer nur mit Freihandeln trainiert. Also mit freien Gewichten. Und habe mir halt komplett alles sehen und so kaputt gemacht. Also diese Maschinen sind schon sehr viel besser. So dieses... Ich hatte damals... Vom Kampfsport hatte ich halt immer noch dieses... Ja, nur freie Gewichte sind das. Nur freie Gewichte sind the real shit. Jetzt mit 35 packe ich kein freies Gewicht an, Alter. Wenn ich freie Gewichte anpacke, kann ich direkt zum Arzt fahren danach. Können sie einen Krankenwagen vorne hinstellen, wenn ich freie Gewichte nehme. Einführen, um die Optik aus der Rechnung zu nehmen. Beispielsweise sind die Ergebnisse attraktiver Schülerinnen während Online-Kursen während der Pandemie schlechter als beim Unterricht vor Ort ausgefallen. Also zumindest in Kursen von männlichen Dozenten. Die Trinkgelder von unattraktiven Hotelangestellten mit Maske waren höher und die Attraktiver niedriger als vor der Pandemie. Aber ich sag mal, das führt halt zu komplexen Problemen, weil wir dann nämlich für immer den menschlichen Kontakt aus der Gleichung rausnehmen müssten. Ich weiß nicht, soll das die Lösung sein, den Mensch aus der Gleichung zu nehmen? 13% der Frauen und 10% der Männer würden sich einer Schönheitsoperation unterziehen, wenn dies einen beruflichen Aufstieg bedeuten würde. Ist das enttäuschend und höchst ungesund? Ja, ist es effektiv, weil wir so... Fragt mich bitte nicht, warum wir das gemacht haben, aber wir haben uns vor zwei Wochen ungefähr mit Penisvergrößerungen beschäftigt im Freundeskreis und haben recherchiert. Und im Zuge dieser Recherche habe ich dann Vorher-Nachher-Bilder gesucht von Penisvergrößerungen. Rein aus Interesse. Rein, Freunde, rein aus Interesse, keine Sorge. Und da habe ich herausgefunden, dass ich gar nicht in Frage komme für eine Penisverlängerung, weil mein Penis zu klein ist, um den vergrößern zu können. Es gibt eine... Das ist das Absurde. Es ist kein Witz, Alter. Es gibt eine... Wenn dein Penis zu klein ist, kannst du den nicht vergrößern lassen. Deswegen hört man auch so wenig von Penisvergrößerungen. Weil alle, die ernsthaft ihren Penis vergrößern lassen würden, die kriegen dann vom Arzt gesagt, nee, ist zu klein, tut mir leid. Wie viel, frag für einen Freund. 7.000 bis 10.000 in Deutschland? Also da kommt es halt darauf an, ob du den auch verdicken möchtest und ob du deine Eichel auch verdicken lassen möchtest. Und in Tschechien ist es aber sehr viel günstiger. Nee, ab wann zu klein? Oh, ich weiß es. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, was da die... Ich glaube, 8 cm oder so. 8, 9 cm, irgend so was. Irgendwie so war das. Naja, je nachdem. Also, ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich dann die Vorher-Nachher-Bilder gesehen. Und es ist wirklich... Das sieht einfach nur fucking witzig aus. Es ist so fucking witzig. Es ist wirklich fucking witzig. Diese... Also... Funktionieren? Ja. Ist ja... Eine grundlegende Kompensation für etwaige... Im neutralen oder im irrigierten Zustand? Ich glaube, das spielt bei 8 cm keine große Rolle. Aber ich kann es auch nicht so aus. Optische Benachteiligung zu fordern, ist Zeugnis davon, dass wir uns mittlerweile alle irgendwo in so eine Gruppe stecken wollen, in der wir durch irgendwas, was wir nicht beeinflussen können oder konnten, benachteiligt wirken. Aber wollen wir dann in Zukunft auch Leute mit höherer kognitiver Leistungsfähigkeit benachteiligen, weil die es ja im Leben auch einfacher haben? Ja, also ihr merkt, intersektionale Fairness, das ist ein Mythos. So funktioniert das Leben nicht. Gesetze dazu zu entwickeln, ist auch gar nicht möglich, weil der Faktor nicht quantifiziert beweisbar ist. Und diese Studie, die ich am Anfang erwähnt habe, mit der theoretischen Steuer für große Menschen, das war im Endeffekt auch nur als Hinweis darauf entwickelt, dass man das Steuersystem reformieren sollte. Weil es nämlich eine Studie dazu gibt, dass größere Männer mehr Geld verdienen. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe. Weil man sich dieses Umstandes gar nicht bewusst ist. Einfach sich mal zu hinterfragen. Einfach zu beobachten. Sich mal bewusst zu... Jungs, es gibt Blut- und Fleischpenisse. Lasst euch jetzt nicht unterkriegen. Das macht schon einen Unterschied, was ihr habt. Bruder. Hier Laufenheit, das ist... Ich bin hier... Ich übertrage hier für Rentner, Alter. Jetzt mal bei aller fucking Liebe. Ich glaube, dem 42-jährigen Jürgen wirst du nicht mehr erklären können, dass sein Blutpenis wächst, wenn er sich lustige Gedanken macht. Ich glaube, das kriegen die Leute hier schon hin. Wir machen, welchen Einfluss Schönheit auf die Gesellschaft hat und auf unser Denken und unterbewusstes bewerten. Was für eine seltsame Illusion es ist, anzunehmen, dass Schönheit... Aber ich finde, ich finde sich über Pimmelgrößen lustig zu machen oder Komplexe zu bekommen wegen Pimmelgröße sowieso komplett da, komplett bescheuert. Und das liegt alles nur daran, weil wir so, weil wir so alle... Also unsere Gesellschaft ist halt so unglaublich verklemmt, wenn es um Genitalien geht. Das ist ganz schlimm. So, ich würde wirklich diese Einzelduschkabinen überall abschaffen und würde die Leute zwingen, einfach ab Pubertät immer, immer in Gemeinschaft und Gesellschaft zu duschen. Alter, da haust du dir halt wirklich alles aus dem Kopf, ne? Scheißegal. Es ist scheißegal, was du für einen Pimmel hast. Es ist komplett egal. Das ist wirklich egal. Kommt ja nicht auf die Größe an. Sagen auch nur Leute, die... Aber das ist auch jetzt ein ganz anderes Thema, über das wir uns jetzt nicht mehr unterhalten müssen, glaube ich. Jedenfalls, was ich sagen will, in der Dusche vom McFit sind wir alle gleich. Gleichbedeutend ist mit Güte. Das stammt angeblich von Tolstoi. Vielleicht hat auch er schon beobachtet, wie Menschen im Leben weitergekommen sind, die zwar schöner, aber nicht besser waren als andere. Ist frustrierend. Natürlich. Ist auch nicht fair. Wenn wir wirklich mehr Fairness wollen, wenn wir daran was ändern wollen, dann sollten wir uns ab jetzt einfach mal selbst beobachten, wie wir mit anderen umgehen und ob es vielleicht auch manchmal irgendwas mit der Optik zu tun hat. Und deswegen das Video, dass ihr das einfach... Und alle haben den gleichen Fußpilz. Ja, es gibt halt auch echt Padeschlappen, die man benutzen kann und die man auch benutzen sollte. Mal euch bewusst macht. Wer optisch ansprechend aussieht, hat es oft leicht. Es gibt ein paar Nachteile, aber alles in allem kann man sagen, Glück gehabt. Seid ihr dieses Glücks bewusst. Und genauso gilt es umgedreht. Denn der Halo-Effekt, der funktioniert natürlich auch, wenn ihr Leute mit eurem Selbstbewusstsein, eurem Humor, euren Fähigkeiten oder eurem Charisma überzeugen könnt. Euren verfickten Schultern, die aussehen wie Todessterne. Könnt ihr auch machen. Vielleicht seid ihr da ja eine 10 von 10 und steckt alle anderen in die Tasche. So, jetzt will ich das auch mal hören. Was ist deine 10 von 10 Fähigkeit? Beziehungsweise, was wird's ab jetzt, wenn du dir jetzt mal den Mut dafür nimmst? Damit in die Kommentare. Ich bin gespannt. Teilt das Video gerne mit Freunden und Feinden. Lasst mir ein Abo da. Und natürlich auch Kommentare, wenn ich das alles... Oder dem Latt, der alles verdunkelt, wenn er ausgefahren wird. Ich glaube, dass wir als Community auch den Klimawandel aufhalten können. Wenn es wirklich mal zu heiß werden sollte, weil die Sonne zu sehr strahlt, müssen wir in der Lage sein, wenn wir alle gleichzeitig unseren Latt ausfahren, dass wir dann die Erderwärmung aufhalten können. Das muss das Ziel sein. Wir verhindern einfach die fucking Erderwärmung. Komplett falsch gesehen haben. Sollt ihr, findet alle Studien dort unten. Bis denn. Tschüssikowski. Für eine Erektion braucht man sich auch nicht schämen. Mannschaft, du Scheiße. Du widersicher Bastard. Oh, das ist viel zu witzig. Ist mir auch schon passiert. Juck. Ohne, der Zug endet wieder. Der Zug, wir sind an der Endstation angekommen. Wir sind an der Endstation für diese Woche angekommen. Muss ich euch auch ganz ehrlich sagen. Natürlich, deswegen dusche ich nur zu Hause. Jaja. Ey, ich finde männliche Körper auch nice. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde männliche Körper auch nice. Ich hoffe, wir können mal sehen, dass ich jetzt nicht gut ausfüllen. Ich würde mich mal sehen. Ich würde mich genauso in der letzten Woche sehen. Ich würde mich an, bei uns noch mal erwähnt. Schöne, dass du! Schöne, die ganze Tage! Und da.